So, hier war ja irgendwo der Markt, ne? Genau, da müssen wir jetzt links rum und dann sind wir gleich bei der Kleinfamilie. Da. Was will er denn hier? So. Seine Frau hat ihn aber schnell wieder besänftigt. Dafür begleite ich euch noch mal. Ja, also. Aber Frauen können das auch meistens gut. So, den Kidsbräu glaube ich nicht helfen, ne? Nehmen wir mal da hinten hin. Ich glaube, die Kinder da in der Höhle. Ah, Platz da. Die wissen schon, wie sie den anderen aus dem Weg gehen. Müssen wir hier rüber, oder? Ja, müssen wir. Wahrscheinlich wieder, ach ja, zurück zur Höhle. Zu Jonah und seinen neuen Kumpel. Seinen Bodyguard. Darf ich mal? Danke. Ich tue hier ja nichts. Ich spring hier nur rum. Ähm. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich glaube, hier lang, ne? Hoffe ich. Nein. Warte. Bin zu weit gelaufen. Hier rein, ne? Ja, hier. So. Moin, Leute. Guck mal, hatte ich hier für dich auch. Du bist als Erste zurück. Jonas' Geschichten über dich sind wahr. Das Königshorn. Wie gewünscht. Hat Kabil dir Ärger gemacht? Du hattest recht mit seiner Frau. Sie weiß wirklich, wie man mit ihm umgeht. Danke hierfür, Lara. Gerne. Uchu, was meintest du damit, ich wäre als Erste zurück? Die Männer, die die anderen Dinge holen sollten, sind vor drei Tagen aufgebrochen. Und noch nicht zurück. Glaubst du, ihm ist was zugestoßen? Quenty macht mir die meisten Sorgen. Er ist jung, risikofreudig. Springt ins Wasser, ohne vorher zu prüfen, wie tief es ist. Den Typ kenn ich. Jonah. Jonah hat recht. Das beschreibt Quenty perfekt. Ich hätte Quenty nie zu dem verdammten Ort schicken sollen. Ähm, zu welchem Ort? Der alten Zisterne. Dort werden Mankos Überreste vor dem Kult versteckt. Wer ist Manko? Der Bauer, der die Vorfahren von Saeri und Amaru vor Jahrhunderten aus Cusco in Sicherheit geführt hat. Wir nennen ihn den Bauernretter. Wir brauchen sein Amulett für die Krönung. Warum wurde Manko versteckt? Mankos Anhänger sind bekannt als der Orden des Bauernritters. Daraus entstand diese Rebellion. Als der Kult von Kukulkan die Macht übernahm, wollte er den Orden vernichten. Manko wurde an einen geheimen Ort gebracht und bewacht. Aber mit dem Niedergang des Ordens schwand auch die Erinnerung an diesen Ort. Wenn du willst, könnte ich nach Quenty suchen. Du hast schon viel getan. Das Königshorn zurückzubringen war eine große Geste der Freundschaft. Es ist wirklich kein Problem. Hm? Vielleicht zeigt Quenty mir die besten Klippen zum Springen. Bitte ermutige ihn nicht. Der Eingang zur Zisterne ist eine Höhle über dem weißen Baum. Folge der Spur. Sie wird dich hinführen. Alles sehr, sehr, sehr verstrickt, ne? Ah, cool. Auf jeden Fall sehr cool. Ähm, genau. Ich werde trotzdem mal zwischendurch mal speichern. Das vergesse ich nämlich immer sehr gerne. Was zum... Habt ihr das gerade gesehen? Da fliegt hier einfach ein Vogel durch die Mauer. Okay, ja. Backfrei das Spiel auf jeden Fall. Alles gebackt, gar kein gefixt. Ähm, genau. Wo müssen wir jetzt hin? Da nach unten wieder. Gut. Nehmen wir mal unsere Abkürzung hier. Ja. Da, ne? Ja, dachte ich mir. Halliopp. Wahrscheinlich schwimmen wir jetzt hier gerade durch heiliges Wasser oder so. Karte aktualisiert. Warte mal hier. Ach, ich finde nicht raus, was das bedeutet. Warum nicht? Ja, ach so. Ist hier überall das gleiche? Ich verstehe es nicht. Es ist fast wie... Kreolisch. Ah, nur fast. Okay, ähm... Darüber her. Halliopp. Uchu sagt, der Eingang zur Zisterne war eine Höhle über dem weißen Baum. Über den hier? Ist der weiß? Moin. Habt ihr denn da? Ach so. Fische. Ich dachte gerade, das sind ja komische Hühner. Frag mich nicht, ne? Ich meine, ich habe eine Ausrede. Ich bin noch erkältet. Hallöchen. Kann man dich auch streicheln? Krar und so? Okay. Ähm... Wahrscheinlich da rüber. So, hier haben wir auf jeden Fall nochmal Federn. Sehr schön. Dann müssen wir da anscheinend drüber. So. Gar kein Problem. Da ist der Eingang. Bitte jetzt nicht jucken im Hals. Das ist nicht gut. Hier haben wir eine Ratte. Wir haben einen Schluck. Während einer erbitterten Schlacht legt ein Mann aus zweierlei Blutlinien die Waffen nieder und überzeugt mit einer leidenschaftlichen Ansprache die anderen Krieger es ihm gleich zu tun. Sie folgen ihm vom Schlachtfeld in die Stadt und enthaupten dort mehrere Kaufleute, deren Streitigkeiten den Krieg verursacht hatten. Geht sofort weiter. So. Mal kurz einen Schluck trinken. So. Okay. Ähm... Können wir die hier noch irgendwie entdecken oder so? Nicht? Hier noch was? Nicht? Okay. Dann hier oben, ne? Sonst ist hier gar nichts. Nö? Gut. Dann quetschen wir uns mal hier durch. Und ihr habt da schon was rot gesehen. Wahrscheinlich da die Barriere. Bestimmt eine Falle. Achso. Ich kann auch nachschieben. Ich dachte sie machte Darlene. Das ist definitiv eine Falle. Die man ausgelöst hat. Frau bück dich. Hallo? Dann springen wir halt durch. Ist ja wurscht. Guck, 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 guck. Zu spät gesehen. Naja gut. Nicht zu spät, aber spät gesehen. Oh. Hey. Spindchen. Oh ja. So. Hier haben wir auch noch was. Nachdem die von der Krankheit ausgehende Gefahr gebannt war, erfuhren wir, dass Lopez bereits wieder fort war. Während einige von uns einen Verrat vermuteten, sorgten sich andere um sein Wohlergehen. Uns blieb nichts anderes übrig, als in der Stadt zu bleiben. Und das aus zweierlei Gründen. Sollte Lopez wieder zu Sinnen kommen und das Artefakt zurückbringen, wären wir bereit. Falls nicht, wäre dies der beste Ort, um unsere Suche fortzusetzen. Wir trafen eine Vereinbarung mit dem König, der uns die Rolle seiner Garde, Ärzte und Priester überließ. Hm. So, bück dich. Diese Frau, ne. Erstmal anspringen. Und dann funktioniert's. Äh, Barriere aufheben. Drücken Sie mehr als eh. Ja, bla. Hm, okay. Kann man gleich machen. Was haben wir hier schon nicht? Das hier zeigt einen Massenzug aus einer großen Stadt. Das muss Manko sein, der die Vorfahren der Priesterin aus Cusco hinausführt. Cusco? König Cusco? So, wieder ein paar Splitter und dann mit den letzten Hacken. Obwohl, diesmal geht's. Ab und zu ist es ja so, dass er dann mit den, mit den letzten Hacken, dass sie da alle draus... Hier war seit Jahrhunderten keiner mehr. Das muss der richtige Ort sein. Okay, und da ist ne Falle. Das war knapp. Spring mal gegen, dann bückst du dich. Das muss mit der Frau... Und wieder knapp. Nur ziemlich. Hm.